Du hast mir ganz bestämt erklärt, dass man hier auf eigene Gefahr kommt. Ich habe dir erzählt, dass ich auf dem Boden fahre, meine Mutter kam. Siehst du es nicht in deinem Eid, der Grundsatz von gestern ist nicht die Wahrheit von heute. Ich war ein Soldat, jetzt bin ich ein Mensch. Ich war ein Soldat, jetzt bin ich ein Mensch.